Das heißt, du gehst zur richtigen Seite. Du musst da über die Brücke, also wenn du in meinen Stream reinguckst, siehst du das sehr gut. Ich schau mir deinen Stream nicht an. Nein, 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 ja. Verpiss euch, ihr Vögel. Nein, jetzt kommt da auch noch einer. Nein, nein, oh, das schaffen wir nicht mehr, oder? Oh, so, fast geschafft. Ja, ja, die Pest. Ah, jetzt war, glaube ich, weiß ich, wo du bist. Ja, ich sorge gerade dafür, dass ich mein Inventar kriege. Hey, ich habe einen Speer. 2000, gell? Genau. Speer macht 80. Ein bisschen mehr Reichweite. Nehmen wir. Und diese Repairbox kostet 3000. So, Kai. Achso, bei Kisten musst du manchmal aufpassen für spätere Spiele. Das musst du unbedingt wissen, das weißt du sonst nie. Oh, achso. Schau an wer sich da Du fischst die... fischte... oh mein Gott! Was ist mit dir los? Fuck! Wie soll ich den streamen... ...deke, deke, 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 dek... ...deke, deke, 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 deke... Hey, 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 Alter. Wunderbar scheiß'ar. Ey, das Spiel könnte gerade von mir sein. So, as' ich eh... Ja, es muss halt kreativer werden. Oh, Kreativität, bei dem sollte es mir nicht mangeln, oder was meinst du? Na, ich meine, du solltest anfangen, was zu tun. Weißt du, meine Vorhaben. Ja, genau, deine Vorhaut. Meine Vorhaut? Ich habe keine Vorhaut mehr. Was? Doch, leider schon. Ah, schön, Anna. So. Versuchst nicht mehr zurückgehen. Oh, ah. Ah, du bist vorhin eine Treppe runtergegangen, oder? Wo so ein Typ ist. Wie so ein Typ? Du hast gesagt, Tasch, pass auf, dass da weiter so ein Typ in so einem schmalen Gang ist. Nee, ich bin noch nicht bei dem gewesen, und ich will auch nicht dahin. Nein, nein, und ich bin... Oh, doch nicht tot. Ich fall immer auf denselben Trick wieder rein. Wo einer mit so einem brennenden Fass kommt. Ja, das ist sehr nervig. Aber es ist witzig, weil es ein Haarstoff ist. Du magst Arschlöcher, aber den sympathisierst du am besten. Da kommen auch irgendwie Runde, okay. Und ich bin tot. Super, geil. Fuck. Ich empfehle dir, den Schild zu verwenden. Äh, ne, ich bin jetzt runtergeflogen, weil ich da auf so eine Plattform wollte, die mir relativ... ähm... so lebenmäßig aus der... ...weil schieben will. Oh, aber die Scheiße müssen wir gleich wieder dringend holen. Also wenn man Dark Souls 3 gespielt hat, dann ist das Erlebnis hier deutlich angenehmer, als wenn man keine Ahnung hat von dem Spiel. Nee. Vor allem das von hinten erledigen, das macht Spaß. Nein, und... Warte, wenn man stirbt, gehen ja die ganzen Seelen verloren, gell? Beim zweiten Mal gehen sie ganz verloren. Wie bei Bloodborne. Und da gehen meine 2000 Seelen hin. Verdammt. Okay, noch ein Versuch. Ich glaube, darauf ist das Prinzip aufgebaut. Ach, scheiße, ich bin gestorben. Oh, noch ein Versuch. So richtig Casino-mäßig. Ja, genau. Bis du irgendwann Glück hast und Freude daran empfindest und dann richtig süchtig wirst danach und dann rumläufst du Heider und sagst, das ist das beste Spiel, das je entstanden ist. Ich bin nicht abhängig. Nehmt mir nicht mein Dark Souls, nein! Und dann gehst du so in eine Anstalt und musst nochmal alles neu machen. Ein ganzes Leben neu gestalten. Eine Battle Axe. Das geht schon mal mehr in Richtung. Weißt du, was peinlich ist? Wenn man fast immer wieder vergisst, dass man auf Kreis und nicht auf Kreuz ausweich... Wegen Monster Hunter, ja. Ja, ich hasse es. Das ist eine dumme Angewohnheit. Nö, das ist einfach... Gewohnheit. Dieser Moment, wenn du ausweichen willst und auf Beinen glittbestürzt. Egal, gibt dir nichts mehr zu verlieren. Meine Seelen sind weg. Oder wieso habe ich nur 5 Estus? Da läuft doch irgendwas scheiße. Ich dachte, Estus fühlen sich voll auf. Voll offen? Was die Kleto ist. Ach, ich habe nur 5. Ich dachte, ich habe 10. WTF? Tschüss. Du hast auch kein Problem mehr dargestellt. Du Mist, Zack. müssen nur diesen einen dämonen besiegen und dann kann ich zu dir in die welt kommen und richtig hart er hat sich geportet was für ein arschloch wer hat sich geportet dämmiger back hier wenn man die gegner besiegt gibt es eine geringe drop chance dass die ihre rüstung fallen lassen das ist doch nur einmal nicht bald auf einmal ja auch zu was ich hier mache es kommt ja auch noch mit den scheiß am brüsten ich glaube ich brüste welcher vollidiot kam auf die idee diese waffe armbrust zu nennen was 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 What the fuck?